Die Kombination ist entscheidend, denn nur so wird Sicherheit und Komfort gewährleistet. Lenker und Vorbau sollten zur Gewährleistung der Sicherheit stets den gleichen Safety-Level aufweisen. Bei der richtigen Auswahl des Safety-Level hilft die Ergotec Safety-Level-Tabelle. Ebenso wird der gewünschte Komfortanspruch durch die sinnvolle Kombination von Lenker und Vorbau bestimmt. Ein Beispiel eines perfekten Zusammenspiels ist die Kombination von Swell R-Ahead 70 und dem M-Bar. Beim M-Bar-Bügel befindet sich die Griffposition und die Lenkerklemmung auf derselben Achsel, auch neutrale Position genannt. Diese spezielle Formgebung des M-Bar hat den Vorteil, dass der Lenker trotz des ergonomischen Griffwinkels keinen Längenverlust verursacht. Die drei Größen des M-Bar in den Ausführungen S, M und L bieten zusätzlich die Möglichkeit, den benötigten Griffwinkel entsprechend der Körperstatur zu wählen. Bei gleicher Lenkerbreite von 700 mm steigt der Griffwinkel von 14 Grad in der Größe S über 16 Grad bei Größe M bis zu 18 Grad in der Größe L. Der Swell R-Ahead 70 hat eine neu gestaltete Gabelschaftklemme, welche durch ihre Erhöhung von rund 65 mm einen deutlichen Zugewinn an Komfort bringt. Durch die Möglichkeit der Winkelverstellung von minus 20 bis plus 40 Grad können Höhe und Abstand der Griffposition nach den individuellen Ansprüchen eingestellt werden. Von einer sportlichen Sitzposition mit flacher und langer Ausrichtung bis hin zur aufrechteren Körperhaltung sind Verstellmöglichkeiten gegeben. Optional ist eine weitere Vorbaukappe erhältlich, welche eine direkte Montage von Scheinwerfern ermöglicht. Mittelweg, um 10 Grad per Jahrzehnte zu verhalten.